Es ist immer ein Glück, wenn ich über Yoga zu anderen sprechen darf und wenn sich ein Raum dafür auftut. Es ist so, dass ich nur dahin gehe, wo ich eingeladen werde. Und ich bin eingeladen worden hierher. Ich bin überrascht und erfreut von diesem Ort und den Menschen, die hierher gekommen sind, um gemeinsam diesen Raum des Yoga ein wenig zu öffnen. Es ist immer ein Segen, wenn sich dieser Raum öffnet und da öffnet sich immer eine Gemeinschaft. Gemeinschaft ist eine Voraussetzung, eine der wir uns auch öffnen können. Und das ist ja heute Abend passiert und deswegen finde ich das wunderschön und bedankbar dafür, hier im Rottwein über Yoga sprechen, singen und meditieren zu dürfen. Und das ist ja heute Abend passiert. 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 Untertitelung des ZDF, 2020